Mein Name ist Igor Budenstein. Für Sie spiele ich die Galte. Denn das lateinische Wort virtuo bedeutet Tugend. So heißt Präludium buchstäblich Vorspiel von Johann Sebastian Bach für Galte. Den Stock nannte man Bogen und das Kästchen Violine. Sein Name war Niccolo Paganini. Das hat ihm die Auswahl der Klingeltöne von Nokia-Telefonen geschafft. ...einer Pulka oder gar zu einem Galopp. Das irische Lied, die letzte Rose von Sommer. Gibt es noch freie Kapazität? Die 5. Jahreszeit des Konzerts. Tango Etude von Piazzolla.